Hans Schatz, HS United European Connectors, das innovative mittelständige Unternehmen für Kontaktteile und Steckverbindungen. Als moderner Hersteller von elektrischen Kontaktteilen entwickelt HS UEC mit rund 60 Mitarbeitern ständig hochwertige Lösungen, genau auf ihre Anforderungen abgestimmt. Durch die stetige Investition in Forschung und Technik ist es HS UEC möglich, national und international Kunden auf höchstem Niveau für sich zu gewinnen. Hochwertige Stanzbiegeteile für die Hausgeräte- und Automobilindustrie sowie für die Elektro- und Beleuchtungsbranche, als Standardkontakte, aber auch als individuelle kundenspezifische Lösung. HS liefert zeitoptimal und garantiert, von Aderendhülsen über Kabelschuhe bis hin zu Steckhülsen und Kontaktfedern. Gerne berät das Team der Hans Schatz HS UEC, sie fachkundig und kompetent. HS United European Connectors GmbH und CoKG, made in Germany.